Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Longboard Simulator. Ja, meine Damen und Herren, Longboards waren auf YouTube mal mega im Hype. Ich war allerdings nie richtig gut und das werden wir heute ändern, denn ich habe nach so einem Longboard Simulator gesucht. Und das war tatsächlich das einzige Spiel, was es gibt. Und wir legen jetzt mal direkt hier Etappe 1, Zeitlimitsprint. Ja, bin ich dabei. Oh, äh, ah, wer ist die? Oh, Alter, guckt euch das an, direkt hier, die Pose. Ja, also so schnell war ich nie mit dem Ding unterwegs. Kann ich drauf gehen? Ja, kann ich. Junge, die hat ja richtig geschrien. Das tut mir leid, Ma'am. Schaffe ich das trotzdem? Richtig in die... In die Kurve lehnen. Oh, da vorne ist das Ziel. Warte mal, welche Zeit mussten wir brechen? Na, guck mal, der geht noch. So, tut mir leid. Zack, Finish. Gewonnen. Fortfahren. Oh, was? Sama, was habe ich da auf dem Rücken? Äh, was ist denn? Angriff? Hä? Sama, hallo? Kann die mal vor mir? Sama, was hat die denn mit mir gemacht? Oh, Sama! Die hat mich gerade... Die hat mich vom Ding ins Getreten. Angriff? Als ob. Alter, dich kriege ich. Wie viel da muss ich denn? Ja, die anderen sind viel zu weit vorne. Alles klar. Von vorne beginnen. Ey, du kassierst direkt. Hä? Ach, ich muss das... Bam! Was los? So, warte mal, dem... Jetzt muss ich hier so ein bisschen aufpassen. Bam! Sama! Der... Okay. Ähm. Gibt wohl einen Grund, warum das der einzige Longboard-Simulator der Welt ist. Flaschi, du gibst mir den Turbo-Boost. Oh ja, den hole ich mir jetzt. Oh, das müssen wir irgendwie noch schaffen. Komm, Ballereien. Ideallinie. Ideallinie. Schön von ihm weghalten. Oh! Let's go! Gewonnen! Hier! Ich hab ein Achievement, das seht ihr gar nicht. Ich bin der Straßenkönig. Junge. Der Kölner Kugelblitz. So haben sie mich gelernt. Hier nochmal ein Clip. Zack, Alter. Das sind mindestens wieder 90 Stundenkilometer, meine Damen und Herren. Three. Hä? Noch mal? Two. One. Wieso, was ist der jetzt noch? Warum muss ich denn... Sag mal, du kriegst jetzt erst mal auf die Fresse. Bam! Wow! Bam! Aber ich hab auch Fortfahren gedrückt, ne? Es ist jetzt noch alles Go. Hä? Was gib ich ab? Was... Hä? Oh, da war eine Rakete. Haben die irgendwas zu bedeuten, die Dinger? Mini Paluten, was hältst du von Paletto auf dem Skateboard? Der Kölner Kugelblitz schlägt wieder zu. Ja, danke. Wenigstens einer, der stolz auf mich ist. So, äh, ich fahr jetzt hier direkt rein und gewinne. Bam. Ah, jetzt... Ah, guck mal, jetzt ist eine neue Strecke hier. Oben, ich verstehe das auch nicht ganz. Oben links, äh, ist scheinbar mein Bild. Ich bin eine Frau. Ist in Ordnung, hab ich kein Problem mit. Und da steht fünf. Hab ich fünf Leben? Hab ich fünf Erfahrungen? Gut. Die Strecke ist jetzt nicht besonders spektakulär. Ich freu mich schon darauf, den Leuten wieder eins über die Rübe zu geben. Freundschaftlich natürlich. Als ob da ist ein Auto. Boah, Alter, der sieht aus wie so ein Porsche Cayenne. Ach. Was war das gerade? Hey, hab ich so ein bisschen erschreckt. Und dann wusste ich nicht ganz genau, was ich sagen soll. Leute, was glaubt ihr, was ist das für ein Auto? Schreibt's mal in die Kommentare. So, Finish. Weltrekord. Danke. Oh, jetzt. Jetzt. One. Hopp. Go. Hier, mit freundlichen Füßen. Aber guck mal, jetzt habe ich da oben sechs. Ist es, dass ich Level sechs bin? Ach, Leute. Gewalt ist keine Lösung. Außer, ihr fahrt mit dem Longboard irgendwo längs. Aber jetzt sind zum Beispiel wieder keine Autos am Start. Easygoing wieder gefinisht. Oh. Two. One. Gut. Am Anfang fahrt ihr wieder so schnell. Und in die... Ah. Okay, was machen wir? Weil ich könnte jetzt einfach wieder einfach da längs fahren. Oder ich brems nur ein bisschen. Und es läuft. Sag mal, wie langsam seid ihr denn? Hallo? Sag mal, was ist... Alter. Die ist volle Kante in mich reingefahren. Und der hat es einfach ausgenutzt. So, jetzt warte ab. Warte ab. Drei. Zwei. Eins. Sag mal. Oh Gott. Oh Gott, Auto. Sag mal, was ist denn mit dem Homie los? Also, es tut mir leid, aber ich habe da nichts mit zu tun. Ja, danke. Three. Oh. Two. Äh. One. Go. Okay. Scheint ja... Jungen, halten die mich für so blöd? Muss ich hier irgendwas machen? Muss ich das... Nee. Das sind einfach nur irgendwelche Objekte, die... Die das Ganze schwerer machen sollen. Oh ja. Das glaube ich gern. Das ist eine Herausforderung. Ich sehe... Ich sehe es gleich schon kommen, dass ich da irgendwo reinfahre. Oh ja. Ja, das war jetzt schon so ein bisschen kniffligere Situation. Scheinbar sehr, sehr viele Autos kaputt in Amerika. Ei, 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 ei. Haben wir es kein Problem? Ich bin ja... Ich kenne mehr aus. Ja, da vorne ist schon die Finish Line. Kann ich auch irgendwie sowas wie eine alternative Perspektive? Nee, gibt es nicht, ne? Gut. Oh ja. Oh. Turbo Boost. One. Go. Hundertprozentig. Hier kann ich dann nochmal richtig Schwung holen. Oh ja. Oh, Alter. Oh, warte ab. Warte ab. Sag mal, was war das denn jetzt gerade? Junge, das war ja ein Turbo Boost 3000. Da bin ich ja gar nicht mehr klargekommen. Zack, Alter. Jetzt nochmal den hier. Schon sehr, sehr weird. Ah. Sag mal. Der Typ. Ja, auch diese Geräusche, die man macht, wenn man auf die Schnauze fliegt. Level 11. Kann ich mir irgendwas kaufen dafür, dass ich Level 11 bin? So, let's go. Bam. Warte mal, zurück zum Menü. Ich habe wieder gewonnen. Ah, hallo. Wow. Ja. Also, den fühle ich nicht so. Oh ja. Skateboard. Ja, nehme ich direkt sowas hier. Ja, stimmt. Mein Longboard, was ich hier auch habe, das hat auch orange Rollen. Und dann neun Knöbel. Ja, jetzt hätte ich gerne einen Baseballschläger. Junge, was ist hier los? Äh, Ausscheidungssprint. Oh ja. Jetzt bin ich hier, aber... Ja, hallo. Sag mal. Nein. Oh oh. Äh, ich möchte jetzt hier nicht ausscheiden. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was passieren wird. Oh ne. Die beiden hat es komplett zerrissen. Und da kommt Paletto. Ja, genau. Okay, gleich sind nur noch er und ich übrig. Weil nach jedem Pömpel fliegt einer raus. Ja, toll. Schaffe ich das noch? Ah, Mist. Komm, 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 komm. Den gönne ich mir. Oh ja. Oh ja. Das schaffst du. Ah! Komm, schneller, schneller, schneller. Das schaffst du. Das schaffst du. Jawohl. Bam. Kein Problem. Was ist los? Wer will sich mit mir anlegen? Liebe Polizei. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das gehört habt. Das war jetzt keine Aufforderung an euch. Jemand hatte mir auch schon mal vorgeworfen, dass wir die Polizeigeräusche bei mir im Hintergrund zu sehen sind, zu hören sind, dass es fake ist. Nein, die sind real. Ich wohne halt im Ghetto. Oh ja, da kommt einer. Alter, der hat ordentlich Gas gegeben, der Boy. Oh, finish. Danke. Oh ja. Sag mal. Oh, guck mal, der hat. Was hat der denn da? Das war ich nicht. Sag mal, ich habe meinen Baseballschläger noch nicht eingeweiht, ne? Boah, ich bin aber auch einfach, glaube ich, neun Kilometer vor den anderen. Soll ich auf die warten? Nee, Paletto. Paletto wartet nicht auf Lusia. Wie man einfach hört, wenn die sich noch bekriegen. Habe ich eigentlich hier in dem Spiel schon mal verloren? Ich glaube nicht. Oh ja. So. Unser Ziel ist es jetzt, jeden zu zerstören. Okay, nicht jeden. Aber zumindest eine Person. Sag mal, das kann ich aber nicht, weil ich so unfassbar schnell bin. Oh nee. Sag mal. Du entkommst mir nicht. Du kriegst jetzt. Oh. Sorry. Sorry für die Geräusche, Leute. Darf man das eigentlich? Also darf man in Amerika einfach so mit seinem Longboard eine Straße runterballern? Ach, guck mal. Wir sind sogar schon Level 17. Oh. Das Spiel direkt durchgespielt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Viel kann es aber, glaube ich, nicht gewesen sein. Oh ja. Das kann jetzt eine ganz interessante Number werden. Weil hier sind echt viele Obstacles. Und dann noch dieser Turbo Boost. Das könnte eine durchaus gefährliche Kombination sein. Oh Mann. Ich bin natürlich so ein krasser Longboard. Oh. Oh. Ja. Richtig guter Longboard-Fahrer. Ja. Da hat es mich ein bisschen leicht zerrissen. Aber alles im grünen Bereich. Denn wir sind schon im Ziel, Leute. Alles easy. Three. Two. Oh, warte mal. Warte mal. Ich bin jetzt Level 20. Da war doch irgendwas mit 20. Ja. Das Longboard. Und. Endlich habe ich auch den Schraubenschlüssel. Jetzt gibt es auf den Kopf. Bam. Sag mal. Was willst du denn? Du kassierst jetzt. Sag mal. Du wolltest nach. Du hast nach mir geschnappt. Ja. Okay. Wir haben alle. Alle fertig gemacht. Jetzt rein ins Ziel. Everybody go surfing. Surfing USA. Ey. Perfekt. Fortfahren. Level 21. Habe ich jetzt alles schon im Spiel freigeschaltet? Kann das sein? Ah. Scheiße. Oh. Der ist jetzt wirklich schon sehr, sehr weit weg. Das habe ich jetzt aber so nicht bestellt. Ich komme ganz gut ran. Wir müssen jetzt hier immer gut ballern. Ja. Okay. Muss ich sagen. Habe ich ganz gut aufgeholt. Oh. Oh. Gott. Sag mal. Sag mal. Hör auf nach mir zu schnappen. Ich schiebe euch. Oh. Sag mal. Da kam noch eine. Jetzt muss ich schnell weg. Ich will das Rennen ja hier gewinnen. Weil wir haben glaube ich immer nur gewonnen. Weil wir einfach der beste Longboarder der Welt sind. So. Rein ins Finish. Bam. Fortfahren. Three. Two. One. Der letzte Ruck. Ich glaube das ist das letzte Level. Dann habe ich es geschafft. Das wäre es Junge. Spiel einfach direkt durchgespielt. Weiß irgendjemand welche Zeit ich jetzt hier unterbinden muss? Wahrscheinlich 45 Sekunden oder? Ich habe es trotzdem geschafft. Als ob. Two. Nochmal. One. So ich gehe jetzt Level 25. Ich glaube höher als 25 geht gar nicht. Äh. Was war da jetzt gerade los? Also wenn ich jetzt nochmal dieses Rennen fahren muss. Dann haben wir das Spiel durchgespielt. Bam. Gewonnen. Fortfahren. Three. Two. Ich kann nur maximal Level 25 werden. Es geht nicht mehr weiter. Upsi. Okay Leute. Ich würde sagen. Wir haben den Longboard Simulator durchgespielt. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.